Es ist eine Leidenschaft, nämlich die Leidenschaft zum Sport, die ein Vater und sein Sohn aus Leoben betreiben. Viele Facetten rund um den Sport begleiten beide und nicht ein Muss, sondern Freude steht dabei im Vordergrund. Richard Nudl, ein Radprofi, der lange Zeit im Radsport sehr große Erfolge gefeiert hat. Wie bist du eigentlich zum Radsport gekommen? Wenn ich ein bisschen ausholen darf, begonnen habe ich es mit Leichtathletik beim Polizeisportfahren in Leoben. Und dann, nachdem ich immer gern Radl gefahren bin, habe ich mal versucht Radrennen zu bestreiten und das war gleich erfolgreich. Vorher war ich mal so kurz Triathlet, aber die 13 Jahre habe ich gelebt vom Radsport und das war bis 2003. Und da bin ich ein paar Mal steirischer und österreichischer Meister geworden. Und natürlich als Edeltomestik beim Profiteam in Österreich bei Stabil Graz mit einem Maurizio Vantelli haben wir die Österreich-Rundfahrt gewonnen. Also da waren schon viele Erfolge und bin da ca. 1200 Rennen gefahren als Radprofi. Und dann im Anschluss ist es halt mit Duathlon und Leichtathletik und wieder die Rückkehr dann zum Polizeisportverein Leoben. Also zu den Wurzeln wieder zurückgekehrt. Und jetzt ist schon wieder 17 Jahre her, dass ich aus mehr oder weniger Läufern und Bergmarathonläufern unterwegs bin. Der Polizeisportverein Leoben ist ja sehr um den Sport bzw. auch Nachwuchssport bemüht. Welche Sportarten kann man da ausüben? Es gibt beim Polizeisportverein auch Judo, dann einen Zweigverein auch für Selbstschutz, dann Kegeln, Schießen. Und hier im Stadion, im vereinseigenen Stadion hier in Löchenfeld, da haben wir die Zweigvereine Leichtathletik laufen, dann Fußball und Tarts Plus. Aber Polizeisport heißt nicht nur für Polizei? Nein, das hat ursprünglich einmal angefangen. Man wollte für die Polizisten was machen, der Polizeiangehörigen und deren Familienangehörigen. Und das ist immer mehr in den Hintergrund geraten. Und momentan ist es so, dass fast die ganze Polizeisportvereinigung in Leoben zumindest aus fast lauter Nicht-Polizisten oder Polizistinnen bestellt. Wie schaut es generell bei der Jugend bzw. beim Nachwuchs aus? Gibt es genügend, die beim Sportverein mitgezählt sind? Wir haben bis jetzt immer relativ viel Nachwuchs gehabt. Heuer leider durch die Corona-Maßnahmen ist es stark zurückgegangen. Aber das Problem dürften auch andere Vereine haben. Corona, Stichwort. Welche Einschränkungen sind da im Speziellen auf den Sport bzw. den Polizeisportverein und Vereine zurückgekommen? Wir haben lange beim ersten Lockdown das Stadion überhaupt nicht öffnen dürfen. Ist ja jetzt offiziell geschlossen. Und wir dürfen nur unsere Spitzensportler hier trainieren lassen. Also die müssen beim Verband gemeldet sein und auch die Absicht haben, Spitzensport zu betreiben. Wie schaut es mit den Talenten aus? Talente haben wir zum Glück große. Also momentan sind sie noch eher im sehr jungen Alter. Weil die ältere Garde, der ja einmal der stärkste Verein Österreichs war, also noch im Nachwuchsbereich, die sind jetzt schon bei den 40 herum. Also das sind alle so 36 bis 42 Jahre jetzt ungefähr. Und jetzt kommt schon das langsam was anderes nach. Und die sind aber momentan noch zwischen 10, 13 und 14 Jahre ungefähr. Und du bist so ein Talent, bist 10 Jahre und bist beim Polizeisportverein dabei. Wie bist du zum Laufen gekommen oder zum Sport generell gekommen? Mein Papa hat mich einmal so mitgenommen, mir hat das viel Spaß gemacht. Dann bin ich immer wieder gekommen und bin da aber auch unten gelaufen. Und so habe ich am Bewerben teilgenommen, habe ich auch große Erfolge gefeiert und macht mir noch immer Spaß. Wie viel Zeit wendest du in der Woche so für den Sport auf? So fünf Stunden, aber alles freiwillig. Und möchtest du dich einmal sportlich auch weiter beschäftigen, also sportlich eine Karriere anstreben? Ja, ich möchte einmal so Maradonläufe machen, Bergläufe. Du tust aber nicht nur laufen, du machst ja andere Sportarten auch. Was gehört denn alles dazu? Hobbymäßig spiele ich Tischtennis, dann habe ich ein paar Radlrennern im Jahr. Und da bin ich jetzt nicht so gut, aber beim Laufen feiere ich eine Folge mehr, wie beim Radlfahren. Und wer trainiert mit dir dann immer? Der Max Erker und mein Papa. Wenn man so stark mit dem Sport behaftet ist, wie schaut denn da der Alltag aus zwischen Vater und Sohn? Natürlich beruflich bin ich als Berufs- und Sozialpädagoge beim BBRZ in Karpfenberg. Ich arbeite da mit Jugendlichen und bin auch da als Sportlehrer unterwegs. Und der Junior geht jetzt 1. Klasse Gymnasium, hat auch zum Glück vier Stunden Turnen in der Woche. Und dann entscheiden wir spontan, wenn wir uns zu Hause treffen, vor allem das Angebot vom Polizeisportverein. Auf der Laufbahn zu trainieren ist ja was Hervorragendes. Und bei schönerem Wetter gehen wir natürlich Radfahren. Also ganz spontan, Hauptsache wir machen oft in der Woche und so oft wie möglich Sport. Wenn Sport so einen hohen Stellenwert hat, gibt es da Ziele, die man anstrebt? Ja, Ziele. Natürlich, wenn man ehrgeiziger Sportler ist, gibt es Ziele. Es gibt so viele Meisterschaften. Und nachdem ich als Läufer von Bergmarathon über Straßen läufe, also fast jede Disziplin im Laufsport betreibe, kommen da schon sechs, sieben, acht Meisterschaften im Jahr zusammen. Und ja, da bin ich, glaube ich, jetzt heuer immer am Stockerl gewesen. Also die Erfolge ergeben sich, freut man sich natürlich. Aber ist jetzt für mich als 50-Jähriger jetzt nicht im Vordergrund. Ich schaue da eher, dass man Junior bei Meisterschaften teilnimmt. Und jetzt ist er ja schon mittlerweile in der U14, zwar als erst Öfe, aber immerhin. Gibt es dann hoffentlich nach dieser Pandemie nächstes Jahr viele Bewerbe, wo wir wieder an Meisterschaften teilnehmen können.